Rentenerhöhung 2024 so hoch wie lange nicht mehr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich hatte ja kürzlich auf unserem Internetkanal von RentenBescheid24.de auf YouTube einen Beitrag zum Thema Rentenerhöhung 2024 Prognose veröffentlicht und da sind über 300.000 Leute auf diesen Beitrag draufgegangen. Erstmal herzlichen Dank dafür, haben auch viele Kommentare geschrieben und ich habe mal ausgehend von den Nominallohnerhöhungen im Jahr 2023, erstes Quartal und zweites Quartal, einfach mal eine Vorausschau gewagt, was denn da nächstes Jahr 2024 los sein kann. Meine Damen und Herren, und ich zeige Ihnen jetzt mal, und meine Vorausschau sieht so aus, dass wir aller Voraussicht nach nächstes Jahr eine richtig tolle, hohe Rentenerhöhung bekommen, weil die Renten in Deutschland, die Rentenwerte immer der laufenden Lohnentwicklung des Vorjahres folgen. Das heißt also, liegen wir bei 6% Nominallohnerhöhung, müsste es im Normalfall eine Rentenerhöhung von wenigstens 6% geben. Wenn da nicht noch andere Faktoren, die in der Rentenwertbestimmung eine wesentliche Rolle spielen, da uns noch mit reingrätschen. Aber da warten wir mal ab. Aber ich stehe ja mit meiner Meinung Gott sei Dank nicht alleine, denn da haben sich Top-Ökonomen, also ich bin nochmal ganz vorsichtig mit dem Wort, aber hier an dem Punkt kann man es mal so sagen, da haben sich also Top-Ökonomen auch mal mit einer Prognose ganz vorsichtig aus der Tür geöffnet und haben mal rausgeschaut und haben gesagt, dass 2024 die Renten wieder steigen und zwar so stark wie lange nicht mehr. Und zwar hat mein Spezial-Sozialexperte, Top-Ökonom Bernd Raffel-Hüschchen gesagt, dass er davon ausgeht, 5,5 bis 6% könnte es ab Mitte 2024 geben als Rentenplus. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Und auch ein anderer Experte von dem Kieler Institut für Weltwirtschaft, der Jens Beusen-Hohgräfe, sagt vorher, also sagt voraus, dass er 6% Rentenplus oder sogar für mehr möglich hält. Die Rentenanpassung im kommenden Jahr könnte noch mal stärker ausfallen als im Jahr 2023. Meine Damen und Herren, es kann sogar sein, dass wir die höchste Rentenerhöhung in den letzten 10, rückwirkend in den letzten 10 Jahren nächstes Jahr bekommen werden. Das ist alles gut möglich. Wenn die Nominallohnerhöhungen in Deutschland wirklich so weitergehen wie bisher, dann müsste eigentlich die 6% vor dem Komma stehen. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, eine Prognose, die ich mir sehr wünschen würde. Ich würde mir natürlich noch deutlich mehr wünschen. Aber gehen wir mal davon aus, dass hier 2024 eine tolle Lohnerhöhung kommen wird. Der Grund ist laut diesen beiden Experten genau der gleiche, wie ich Ihnen auch gesagt habe, steigende Löhne. Viele Lohntarife wurden in diesem Jahr schon stark erhöht und werden im nächsten Sommer an die Rentner weitergegeben. So sagt es korrekterweise Herr Raffelhüchen auch. Wenn es noch weitere Erhöhungen bei den Lohntarifen in diesem Jahr gibt, könnten die Renten sogar noch weit über 6% steigen. Das sagt sogar unser Herr Raffelhüchen. Aber dann gibt es eine Trendwende für das Jahr 2025. Da sagen dann Leute vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, soll es dann 2025 Schluss sein mit den Rentenerhöhungen. Also soweit möchte ich wirklich, selbst wenn ich eine Klaskugel hätte, nicht reinschauen. Da warten wir einfach mal ab, wie die Lohnentwicklungen im Jahr 2024 aussehen, meine Damen und Herren. Dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal näher an. Also, ich freue mich. Sieht ja ganz gut aus. Für eine Rentensteigerung im nächsten Jahr warten wir einfach mal noch das dritte Quartal 2023 ab. Da werden wir wahrscheinlich irgendwo November, Dezember dann Zahlen vom Statistischen Bundesamt bekommen, wie die Nominallohnerhöhungen sind. Und wenn das wirklich so weitergehen sollte, können wir uns wirklich schon auf eine deftige Rentenerhöhung im Jahr 2024 freuen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ciao. Ciao.